Norddeutscher Rundfunk 2021 Ja gut, der klingt halt nicht ganz so scheiße wie der im ersten Tag. Der ist auch ein bisschen anders als der im ersten Tag, oder? Das ist beides Tierer Force One. Ja. Das Mitnehmen von Tieren, so wie schön eine Stöcke. Dana würde ich schon noch mit den Ratten fahren. Ja, wahrscheinlich. Wir nehmen ihr Handy bei der Arbeit. Gut. Gut. Wir sehen, ob sich irgendjemand dieses Run-Ride anguckt. Stimmt. Ich glaube ich mache demnächst meinen YouTube Channel für Helix. Wenn ich dann alle On-Rides hochstelle. Kannst du ja. Das Ding sieht ganz süß aus, der Taubenton. Ja. 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 Ja, da werden wir es machen, obwohl es in einer Runde ist. Hm? Nein. Ein komplettes. Verändert sich ja, ne? Nö, aber trotzdem, das muss ein komplettes sein. Noch was? Nee, ich glaub das reicht.